Gehe fristieren. Heute fokussieren wir uns auf die GameStop-Aktie, die schon weit über 4000% im Plus ist und seit Beginn des Jahres schon über 1300% nach oben katapultiert wurde. Wir schauen uns, warum diese totgesagte Aktie überhaupt so eine Performance hat. Gucken wir uns anhand ein paar Beispielen, beleuchten sie Hintergründe, wie das überhaupt passieren kann, wieso ist überhaupt was dahinter steht, wieso manche Broker überhaupt den Handel ausgeschlossen haben, wie Robinhood und Trade Republic, ob da Interessenkonflikte sind, was hinten an Manipulationsvorwürfen schon steht und auch was Internetforum, wie sie es geschafft haben, auch große Hedgefonds in die Knie zu zwingen und das ganz allerwichtigste, wie du davon profitieren kannst oder wie man überhaupt solche Bewegungen handeln sollte, das machen wir alles komplett in diesem Video. Hallo, ich bin Aida, Chefhändler und Gründer der FinMed. Wir sind ein Technologieunternehmen und fokussieren uns darauf, mit innovativer Finanztechnologie und exklusiven staatlich geprüften Finanzwissen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, eine sehr gute Rendite an der Börse zu erzielen, damit sie wirklich ein Leben führen können, wie sie es gerne wünschen. Wenn ihr gute Rendite an der Börse erzielen wollt und euch für Aktien und Finanzen interessiert, abonniert den Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Wer am Anfang des Jahres 1000 Euro in GameStop investiert hätte, der hätte heute eine Position mit einem Wert von 200.000 Euro im Depot, also einen massiven Gewinn. Verantwortlich für diesen massiven Kursanstieg waren eine Gruppe in Internetfonds, also Internetcommunities, die sich darüber verständigen, in welche Aktie sie gemeinsam investieren wollen. Also könnte man sich so vorstellen, wie so ein Aktienclub, der etwas offen ist und weltweit zugänglich ist. Sie nutzen die Gesetzmäßigkeiten des Marktes für sich und pushen durch ihr Schwarmverhalten den Markt bzw. die Aktie, die sie gerade wollen, in ihre Richtung nach vorne. Aber bevor wir jetzt komplett daran reingehen, wie das alles zustande gekommen ist, müssen wir jetzt mal analysieren, was ist der Hintergrund, welche Sachen bewegen sich und gucken wir uns erstmal die Aktie komplett an. Die GameStop Corporation ist ein weltweit größter US-amerikanischer Einzelhandelskeller für Computerspiele und Konsolen. Sie betreiben in 18 Länder verteilt über 7.500 Filialen und darunter befinden sich allein in Europa 1.200 Filialen. Vielleicht habt ihr auch schon welche gesehen. Oft sind es in so welchen größeren Einkaufsmalls, da steht so GameStop drauf, da kann man Computerspiele kaufen, alle so für Computer-Zugehörer bzw. auch Konsolenspiele und man kann auch die gebrauchten Sachen auch eintauschen, wenn man diese ganze will. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 und feierte zwischen 2004 und 2016 sehr große Erfolge, wo die gesamte Gaming-Industrie immer größer und publik wurde und ihr Erfolg war der Circle of Life-Programm. Das daraus bestand, dass gebrauchte Gaming-Artikel und Software wieder verkaufen konnten. Also die Leute konnten einfach ihre alten Spiele oder ihre alten Konsolen wieder verkaufen an den Anbieter, also an GameStop und GameStop hat sie dann wieder als Second-Hand-Wahrer weiterverkauft. Die Filialen wurden eine der beliebtesten Anlaufstelle für Gamer aus aller Welt. Doch nach 2016, wie halt in allen anderen Bereichen auch, hat GameStop die Digitalisierung erwischt. Denn mit steigendem Einfluss des Online-Handels verloren die Aktie kontinuierlich einen Wert, denn zahlreiche Filialen mussten auch deswegen wegen mangelhafter Profitabilität geschlossen werden. An das durch die digitale angetriebene Cloud-Computing sowie Online-Gaming-Vertriebsplattformen wie Steam oder Origin, musste GameStop schließlich den größten Anteil seiner Marktanteile abgeben und so rutschte die Aktie von 40 Dollar, wo sie sehr hoch stand, auf einen Wert von 3 Dollar. Also ein Verlust von 90% in der Aktie selber. Man hat auch keine große Hoffnung mehr gehabt, okay, dass die Aktie besser wird, weil die ganze Welt digitalisiert sich ja immer weiter. Dementsprechend verlieren immer die Einzelhandelsketten und die, die digital sind, gewinnen immer mehr. Denn jeder weiß ja, wenn es online ist, ist es oft billiger. Man braucht nicht die gesamte Infrastruktur. Und zusätzlich, während der Corona-Lockdowns, hat das Ganze ja noch mehr verschärft. Also die ganzen Shops von den GameStop durften ja gar nicht offen haben während des Lockdowns. Und dementsprechend haben die meisten Leute sich immer mehr daran gewöhnt, einfach online alles einzukaufen. Da führte die zu GameStop noch weiter in den Verlustzonen. Dafür war insbesondere Ryan Cohen verantwortlich, der durch die Gründung und späteren Verkauf des Unternehmens Shui zum Multimeter wurde. Shui ist ein Online-Einzelhändler für Tiernahrung und wurde für 3,5 Milliarden von PetSmart gekauft. Cohen kaufte sich bei GameStop ein und hält über 10% aller Aktien. Er sieht es als eine sehr vielversprechende Investition und er sieht auch eine sehr vielversprechende Zukunft für das Unternehmen. Denn aus seiner Sicht soll GameStop in Zukunft seine ehemalige Marktmacht wiedererlangen und zwar durch den Online-Handel und sozusagen jetzt bestehende Strukturen nutzen und in Online noch mehr durchgehen. Cohen war sozusagen der Initiator dieser Grundbewegung. Der hat erstmal diese Vision für das Unternehmen gesetzt. Aber der gesamte Schub kam erst dadurch, dass die Masse der Anleger noch dazu kam. Die gesamten Internetnutzer kamen aus den spezifischen Foren, wo sie sich eh darüber verständigen. Der größte Internetforum der Welt ist Reddit und da haben sich im Zuge des Corona-Crash immer mehr neue junge Nutzer auch sich auf der Plattform für Aktien interessiert, für Investments interessiert. Und dann haben sie eine Community gegründet, sie heißt WallStreetBets, die sich mehr für Aktieninvestments fokussiert. Sie investieren nach dem YOLO-Prinzip sozusagen, you only live funds, also man soll es nur einmal alles machen, man lebt ja nur einmal. Und deswegen unterhalten sie sich in dem Forum eigentlich über Wertpapiere, über Aktien, also alles, was an der WallStreet passiert und posten dann irgendwelche Bilder, die lustig sind, verschiedene GIFs, kleine Videos, machen Herzscherze über große Fonds oder institutionelle, die durch komplexe Research irgendwas investieren. Manche haben auch ein paar Fakten und diese Community investiert dann so in diese Wertpapiere. Der Erfolg der Community WallStreetBets mit auch der GameStop-Aktie zusammen wurde so groß, dass sogar Elon Musk, der CEO von Tesla, einen Beitrag bei Twitter geschrieben hat, was diese Popularität dieses Forums noch größer erweitert hat. Ziel der Leute in diesem Börsenforum wie WallStreetBets ist, es geht darum, ihre Lieblingsaktien zu kaufen, unabhängig davon, welche Bewertung das Unternehmen ist. Sie kaufen einfach gerne die Wertpapiere, die sie mögen oder die sie verstehen oder einfach nur, weil sie gerade irgendeine Richtung verfolgen, weil in dem Prinzip mögen sie auch große Institutionen auch mal anzugreifen, zu sagen, guck mal, wir sind hier Gemeinschaft und wir können auch so große Hedgefonds angreifen und sie so platt machen. Es gibt auch bestimmte Investoren in der Community, die schon vorher Aktien gekauft haben und diese Community dafür nutzen, um diesen Wert zu pushen. Also sie kaufen einfach Wertpapiere günstig ein und dann schreiben sie in die Forum, hey, kauf mal die Aktie, die wird bestimmt der nächste Renner, um dadurch sozusagen den Kurs auch zu seinen Vorteilen zu manipulieren, zu schützen durch verschiedene Nachrichten. Zudem hat dieser Forum mal entdeckt, über längere Zeit, dass, wenn sie Wertpapiere mit einem hohen Short-Anteil, also Short-Rature, gefunden haben, also in diesen Wertpapieren, wo die Hedgefonds auf feine Kurse setzen, die sind besonders attraktiv, wenn man sie anfängt, kurzfristig zu pushen. Dabei nutzt diese Community drei wichtige Grundsätze des Marktes aus, um massiv davon zu profitieren als Gemeinschaft. Der erste ist, wenn ein Short-Squiz startet, dann explodiert der Preis enorm, da die Nachfrage nach dem Wertpapier automatisch ansteigt, unabhängig, ob das Wertpapier gut oder schlecht ist. Also der wird sowieso steigen, wenn so ein Short-Squiz startet. Der zweite Punkt ist, Aktien mit langem Abwärtstrend, also die schon länger runtergehen, haben einen stark signifikanten sinkenden Handelsumsatz. Es werden also viel weniger Aktien gehandelt, da die meisten Anleger lieber auf Gewinner setzen und nicht auf diese Werte. Dadurch, dass da weniger sozusagen gehandelt wird, ist die Möglichkeit nach oben viel größer, wenn da die Nachfrage kommt. Und der dritte Punkt ist steigende Aktien, die immer in den Medien leuchten. Also das heißt, wenn so ein Wertpapier 100%, 200% macht, dann leuchtet es in allen Börsenportalen und bei allen Brokern ganz, ganz oben. Und das zieht immer mehr Anleger an, die es nicht verpassen wollen und durch die Gier frisieren, investieren sie zu jedem Preis in dieses Wertpapier. Wir beleuchten diese drei Punkte, um zu gucken, okay, wie hat sich das auf GameStop ausgewirkt. Deshalb schauen wir uns mal den ersten Punkt an, den Short-Squiz ab. An der Börse gibt es zahlreiche Werte, in denen zum Beispiel Hedgefonds oder andere Anleger, es können auch normale Privatanleger, auch auf fallende Kurse wetten. Und sie spekulieren darauf, dass das Wertpapier einfach immer tiefer fällt. Davon profitieren sie. Das tun sie meistens bei so Unternehmen, die fundamental überbewertet sind oder langfristig ein unlukratives Geschäftsmodell fahren, wo man eher darauf spekulieren kann, dass das Unternehmen keine guten Geschäftszahlen verhören wird und der Aktienkurs runter sinkt. Dafür tätigen sie sogenannte Leerverkäufe. Um eine Aktie leer zu verkaufen und sozusagen auf Short zu setzen, muss man sich diese Aktie erstmal ausleihen. Im direkten Anschluss, nachdem man diese Aktie ausgeliehen hat, dann verkauft man wieder diese Aktie, die man hat, zu dem aktuellen Kurs und das Einzige, was man machen muss, man muss diese Aktie wieder dem Besitzer irgendwann zurückgeben und fertig ist. Sollte der Preis jetzt aktuell, äh, der Aktie fallen, sie also günstiger zurückzukaufen, so hat man einen Gewinn. Also einfach als Beispiel, wenn man die Aktie verkauft für 100 und der Kurs ist bei 80, dann kauft man sie für 80 zurück und man hat zwischen 100 und 80 den Gewinn, weil man hat ja für 100 was verkauft, für 80 was eingekauft. Denn in diesem Fall kauft man eine Aktie zurück und gibt sie nur dem Besitzer zurück, weil der Besitzer, der hat ja eine Aktie ausgeliehen, egal zu welchem Preis. Die Differenz immer davon ist halt der Gewinn oder der Verlust. Sollte die Aktie aber nach oben steigen, also man verkauft was für 100 und man muss ja die Aktie wieder zurückgeben und man muss sie für 120 wieder zurückgeben, dann zahlt man ja 120 für die Aktie, weil man muss ja die Aktie auch wieder einkaufen, um diese Position zu decken und dementsprechend hat man einen Verlust, wenn der Kurs nach oben geht. Also um einfach zu sagen, wenn man Short geht, profitiert man einfach, wenn der Kurs fällt, wenn der steigt, dann verliert man. Um das einfach praktischer zu machen, man kann sich so vorstellen, man geht zum Beispiel zu einem Kollegen und sagt so, ja, kannst du mir deine neue Bohrmaschine ausleihen? Man nimmt sich diese Bohrmaschine, auf dem Weg trifft man jemanden und sagt, hier, ich kaufe dir diese Bohrmaschine für 500 Euro ab, dann verkauft man sie direkt. Den Kollegen muss man aber die Bohrmaschine zurückgeben. Man geht in den nächsten Baumarkt und wenn man sie dort für 300 Euro kaufen kann, dann muss man ja nur die Bohrmaschine zurückgeben und hat einen Gewinn, wenn man sie für 500 verkauft hat und für 300 wieder eingekauft hat. Und der Kumpel ist trotzdem froh, der hat wieder nagelneue Bohrmaschine wie vorhin und so läuft sozusagen das Geschäft ab. Aber warum machen das die Hedgefonds? Wieso gehen sie überhaupt Short? Sie machen zum Beispiel sehr tiefen Research und wenn sie sehen, dass zum Beispiel ein Unternehmen überbewertet ist und niemals den aktuellen Preis rechtfertigt, gehen sie aggressiv Short, also setzen auffallende Kurse, um davon zu profitieren. Wie zum Beispiel ist der Fall bei Wirecard war, da haben sehr viele Hedgefonds schon mehrere Jahre vorher Berichte veröffentlicht, dass Wirecards Zahlen falsch sind, dass da Unstimmigkeiten sind und wo der Kurs stark gefallen ist, Wirecard ist hier gerade fast im Nichts der Kurs, davon haben sie halt massiv profitiert. Das machen sie auch bei anderen Aktien, wenn sie sehen, der Kurs ist zu hoch, dann verkaufen sie das Ganze. Was ist aber jetzt der Short Squeeze? Was ist das Gefährliche daran? Man muss sich bedenken, wenn der Kurs ansteigt, müssen jetzt sozusagen die Hedgefonds ihre Position auch schließen. Sie müssen zu hohen Preisen eindecken und die Verluste akzeptieren. Und solange sie steigen, werden die Verluste immer größer. Und in dem Moment, wo sie selber diese Aktie kaufen, weil sie müssen jetzt zurückkaufen, stellen sie selber die Nachfrage dar und sie treiben den Kurs immer weiter hoch, weil sie kaufen immer mehr, weil sie ihre Position decken müssen, weil sie nun auf der Kaufseite stehen. Dieser Zwang, diese Verluste zu realisieren, nennt sich Short Squeeze, weil sie sind gezwungen, sie zu schließen, weil sie sehen, okay, ich habe so hohen Verlust, ich kaufe noch mehr von der Aktie, damit ich meine Position decken. Und das heißt, Short, man drückt diese Short sozusagen raus, es werden alle Short-Seller aus dem Markt rausgehauen und das Kaufvolumen steigt enorm an. Zu beachten ist dabei, dass die meisten Hedgefonds mit einer sehr großen Position halten. Und das heißt, wenn sie diesen Short Squeeze aktiviert haben, explodiert der Kurs sehr stark, weil sehr viel Volumen in den Markt reinkommt, in den kurzfristigen Zeitraum. Um so einen Short Squeeze zu aktivieren, muss man erstmal einfach die Aktie ein bisschen anstupsen, ein bisschen so nach oben ziehen und dann, wenn sie etwas höher ist, dann müssen sie Hedgefonds eh decken, um ihre Verluste zu begrenzen. Was also passiert, wenn ein Schwarm von Menschen auf Absprache die gleichen Aktien kaufen und diesen Kurs auch steigen lassen, wo ein hohes Short Ratio ist? Bei einem geringen Angebot, also trifft extrem hohe Nachfrage nach diesem Wertpapier und dadurch, durch diese Communities, explodiert der Kurs, denn das Grundgesetz der Börse ist ja, Angebot und Nachfragen machen den Preis und dadurch, dass sehr hohe Nachfrage ist und weniger Wertpapiere verkaufen ist, steigt der Preis, denn die Hedgefonds müssen dann ihre Short Position schließen, denn irgendwann geht jedem ja das Geld aus und die Verluste müssen begrenzt werden, denn eins wissen wir, keiner ist so hart wie der Markt und die Hedgefonds auch nicht mit ihren paar Milliarden, das reicht nicht aus für die gesamte Menge der Leute, die dann auch rein investieren und das ist halt der wichtigste Faktor, wieso sie überhaupt stark nach oben ging. So, jetzt haben wir den ersten Faktor durch, durch Short Squeeze wird auch stark der Kurs angehoben. Der zweite Effekt, der auf die Aktie wirkt ist, Aktien mit langen Abwärtsrenden, siehst du lange Schwachsinn, haben weniger Umsatz und dadurch kann man viel leichter die Aktie aktivieren, weil man kann durch geringe Menge an Geld einfach schnell den ganzen Kurs pushen. Am 22. Januar wurden knapp 200 Millionen Aktien an der Neise gehandelt. Das ist zehnmal so hoch wie normal bei der Aktie, also ist ein Anstieg vom Volumen von 1000% und durch diese Nachfrage, die nach dieser Aktie stattgefunden ist, die pushen natürlich den Kurs hoch und sie kaufen ja zu jedem Kurs. In der Community schreiben sie einfach, ah komm, kaufen wir zu dem Kurs, sie kaufen Market und sie drücken den Kurs erst richtig hoch. Wenn man sich das visuell mal anschaut, dann findet man sofort heraus, der erste Schub ist sozusagen der Angebot Nachfrage, wo die Leute angefangen haben zu kaufen, wo sie langsam anstieg und dann der zweite enorme Schub, das war sozusagen der Short Squeeze, wo die ganzen Hedgefonds auch noch weiter decken mussten, wenn sie ihre Position noch weiter sozusagen gehalten haben. Kommen wir zu dem dritten Effekt, den Effekt, dass alle anderen Leute, die unbeteiligt sind, die einfach nicht das Ganze verpassen wollen. Es kommen die gesamten Trader und Anleger an, die von ihrem Broker die meistgehandelten Werte angezeigt bekommen, einfach dabei sein wollen. Also alle Unbeteiligten, die bei jedem Broker-Zeitung schon sehen, diese unnormalen Gewinne, sie sehen in den Zeitungen, Nachrichten 100% mit Aktie XY und alle wollen dabei sein. Wenn sogar dann die Omas auf ihren Treffen nur noch von der Aktie reden und investieren wollen, alle rechnen sich schon dann reich. Alle wollen wissen, okay, ich werde bald der nächste Millionär mit 10.000 Einsatz. Dann denkt keiner dabei nach, dass es irgendwie runter geht. Die gehen einfach alle dabei rein, um noch mehr zu profitieren. Das schiebt natürlich massiv diese Nachfrage an. Und wenn all diese drei Effekte noch zusätzlich alle sozusagen starten, dann explodiert natürlich enorm dieser Kurs. Desto mehr so welche Effekte ist, desto massiver wird auch der Kurs. Das funktioniert natürlich nicht nur bei der Aktie, sondern bei allen anderen. Das ist sozusagen das Grundgesetz in den Markt. Es gibt mehrere Punkte, die jetzt erfüllt werden müssen, dann steigt die Nachfrage noch mehr an. Doch aktuell ist es halt für die Hedgefonds sehr gefährlich. Diese befürchten, durch solche Aktionen auch Insolvenz zu schlendern, denn da sieht man auch gut im Überblick der Top-Gewinne und Verluste bei den Short-Werten in 2020. Denn bei Verlusten war zum Beispiel bei Tesla über 40 Milliarden haben die Hedgefonds bei Tesla verloren, weil sie Short waren und sie wurden eiskalt von der Masse überrannt, die sozusagen auch Elon Musk gepusht hat mit dem Wertpapier. Dagegen, wenn man ihre Gewinne durch Short-Spekulationen anguckt, sehen wir Exxon Mobile Aktien mit 1,2 Milliarden ist halt nicht so groß. Man muss also wirklich aufpassen, wenn man da in Short-Werte drin ist, man muss halt gucken, wenn man nach feiner Kurse setzt, dass man sich auch richtig absichert. Aber das ist halt bei jedem unabhängig, ob man Hedgefonds oder nicht. Man braucht halt ein gutes Risikomanagement und guten Plan, wie man das Gesamte macht. Falls ihr Interesse habt, haben wir extra einen Online-Workshop auf unserer Seite. Könnt ihr angucken, wie wir das Ganze machen? Interessant war auch die neue Meldung, dass auch Neo-Broker wie Trade Republic oder Robinhood einfach den Handel für die Nutzer ausgesetzt haben. Also das heißt, sie haben den Nutzer verboten, diese Aktie zu handeln, wie in dem Fall GameStop und noch zwei, drei, viele andere. Das heißt, sie haben aktiv in das Handelsgeschehen eingegriffen mit dem Vorwand, sie wollten die Kunden zwar schützen, aber das ist ja kein guter Vorwand. Im Endeffekt meinten sie auch, dass ihre Technik versagt hätte. Sie hat einfach diesen Anstub nicht standgehalten. Aber das ist halt üblich. Man muss halt, wenn man etwas jüngere oder neuere Firmen nimmt, weil es halt normal, dass ihre Technik noch nicht so ausgereift ist, muss man damit rechnen in heiklen Bewegungen, dass man nicht funktioniert oder nicht ausfällt. Während andere größere Broker haben einfach sozusagen die Risikoparameter erhöht, wenn man diese Wertpapiere handelt. Robinhood hat sogar die Beschränkung auf weitere 50 Titel erweitert, unter anderem AMC, Nokia, Zoom, General Motors und so weiter. Einfach, weil dieser Ansturm zu gigantisch war. Natürlich könnten sich die Kunden nicht nur einfach mit dem Wort Kundenschutz oder technische Probleme man will ja nicht bevormundet werden. Deswegen reagierten die Nutzer mit sehr hoher Empörung und Wut auf diese Reaktion. Das rief nun auch die Politiker. Unter anderem ist es auch die SAC, die möchte die Vorgänge nochmal einzeln überprüfen bei einzelnen Brokern, wieso das Ganze ist. Bei der BaFin sind auch schon viele Beschwerden über Broker reingekommen, auch unter anderem auch Trade Republic, wieso sie den Handel ausgesetzt haben und das prüfen sie so, weil sonst geht das gern nicht. Wenn ihr mehr zu den Themen oder Machenschaften von Hedgefonds, wie Hedgefonds funktionieren, was dann genau, wie sie handeln, dann lasst uns das in den Kommentaren wissen, dann können wir zu diesem Thema noch weitere Videos erstellen. Gucken wir einfach mal, was so ein Schwarzbrief ist, was alles so passieren kann, wie sich solche Werte aufbauen und zusammenbrechen. Wenn wir uns die VW-Aktie angucken, Oktober 2008, da sehen wir auch, dass es, wenn ihr die Berichte mal durchguckt, da wollte Porsche auch einsteigen, da gab es viel mehr Short-Leute, als ob es den Aktien zur Verfügung gab und der Wert ist innerhalb wenigen Tagen, er war mehrere hundert Prozent hochgestiegen, ist aber auch dann wieder schnell wieder zusammengefallen. Wenn wir uns weitere Aktien angucken, ist zum Beispiel AMC, ist auch eine Kette für Kinos, wird gerade auch hochgepusht und es ist seit Jahren haben sie negatives Wachstum und ist ja auch einfach von Anfang an von 2 Euro auf 20 hochgestiegen, ist wieder auf 8 gefallen, also es springt durch die Gegend, weil die Leute pushen sie hoch, aber der Wert ist inneren ja trotzdem tot, das Unternehmen verdient kein Geld, es ist eigentlich nur eine blinde Spekulation. Weitere Wertpapiere, die auch schon bekannt sind, sind zum Beispiel Blackberry oder Nokia, ihr kennt das, es sind alte Unternehmen, die vielleicht von Markt nicht mehr so aktiv in den Smartphone-Markt sind, aber werden durch die User einfach mal hochgepusht, weil sie hoffen davon, dass es wie ein GameStop nochmal 100 Prozent dabei ist, ohne dass das Unternehmen überhaupt Mehrwert dafür liefert. Wenn wir uns das Ganze also ansehen, sehen wir, immer wenn so ein Short-Squeeze passiert, steigen die Aktien zwar enorm an, aber wenn die Aktie selber keinen inneren Wert hat, also nichts Fundamentales, keine Gewinne macht, wird sie sowieso in kürzeren Zeitraum wieder Zusammenhalt fallen, darauf sollte man achten. Du solltest es aber nicht gegen diese Bewegung stellen, also stell dich nicht mit der Hoffnung, die Kurse werden schon fallen, du setzt dann auch nochmal Short auf, klar sind sie überbewertet, weil wenn selbst Hedgefonds und an der Masse von jungen Börsen aner scheitern, sollte man nicht annehmen, dass man selber erfolgreich wird, einfach Short zu stellen gegen diese Blase. Eine solche Entwicklung kann theoretisch ins Unendliche gehen, aber auch in jedem Moment zusammenbrechen. Man weiß nie, wie weit es nach oben gehen kann, bis diese Blase platzt, denn an der Börse wissen wir, alles ist möglich, er geht genauso schnell hoch wie runter, man muss ein bisschen andere Methoden benutzen, einfach als Hoffnung. Eine der Methoden, die gut darauf funktioniert, wenn so eine Dynamik und Momentum ist, man springt von den größeren Zeitfenstern, man geht also ins Day-Trading, in Minuten-Charts, 5 Minuten-Charts und so in diesen Zeiträumen und dann guckt man, da sind diese Intra-Day-Charts und in diesen Tagesabläufen findet man sehr gute Aufwärtstrends oder sehr viele dynamische Trends. Wenn man das Ganze reinsummt, dann erkennt man auch stabile Aufwärtstrends, wie man diese Trends erkennt, haben wir extra in unserem Online-Workshop, könnt ihr euch angucken, aber dann sucht ihr einfach, wenn ihr den Trend klar erkannt habt, bei so welchen Werten, steigt ihr aggressiv rein und denkt dran, am besten, ja, auch am Ende des Tages wieder rauszuholen. Aber bevor du das Ganze einfach blind reinmachst, sagst, ja, gehe ich auf Intra-Day, du solltest nie einfach so Geld reinschmeißen, ohne zu wissen, wann du wieder rausgehst, also hab einen Plan, wann gehe ich raus, wann komme ich rein, sozusagen, wie verkaufe ich das im Notfall und am besten in diesem Intra-Day-Bereich sinnvolle Stopps setzen, weil das Ding kann ja einfach explodieren und am nächsten Tag kann wieder das Ganze zusammenfallen, deswegen auch nicht übernachhalten, weil diese Gaps, die Kurslücken, könnten massiv dein Konto zerstören. Wenn du also kurze Fragen hast, wie man solche Wertpapiere und Bewegungen auch im kurzen Zeitraum handelt oder beziehungsweise wie man auch diese Short-Squeeze-Werte findet und sie richtig von feinen Preisen profitiert, da kannst du mir einfach direkt an mich schreiben, zum Beispiel auch an erfolg.findment.com. Ich antworte sie dann persönlich, guck mir die Fragen da. Ansonsten guck dir das Ganze auch unseren Online-Workshop an, da zeigen wir auch, wie wir Wachstumswerte finden und mit welcher Methode wir investieren. Was glaubst du, wird die GameStop-Aktie noch weiter steigen oder wird die Rally bald ein Ende finden? Lass uns das wissen, schreib uns das in die Kommentare rein und abonniere einfach den Kanal, damit du die nächsten Videos auch zu den nächsten Analysen bekommst beziehungsweise auch neues Know-how und interessante Wertpapiere bekommst. Ich wünsche dir explodierende Gewinne.